Kann Call Me wenigstens Spam? Natürlich bin ich Spammer. Kann er wenigstens so. Nicht ob du spammst, sondern ob du es wenigstens kann. Er kann nicht Spammer. Ja, ich weiß es. Aber nicht ob er Spammer ist, sondern ob er es kann. Er kann es natürlich nicht. Nein. Nein! Okay, dann muss das alles. Hä? Ich bin mega gut. Erwartet nicht zu viel. Ich bin mega gut. Erwartet nicht zu viel. Wer hat gerade gesagt, nein, bist du nicht. Der hat die Theater im Channel hat. Was ist das? Nein! Timon? Warte, warte, warte. Lass mich erstmal nachspinnen. Dennis macht erster erstmal. Und Nadal zum **** machen und P-Weg ablöse. Ich will selber machen. Ja, f***. Dennis nimmt irgendwie... FaulФ升! Ja, einfach mal raus. Das kle orange könntest gemacht. Ja, und chalk dir zurück. capable Bager heraus. Kann man die bereit sein ... Und tidig und ist das viele 인begue photographs. Während sich so ein halter aus. Der害 mich dann gel��لم. Genau- Kann der sich... Augen vorbei ist dreidig. Ein altes Pfeyshomme im Stellen! Ja, ich weiß nicht. Hey, der bohrt dich down, ne? Wir kommen ja noch hoch. Und jetzt down. Oder du baust dir selber einen aus Holz. Du konntest den Bogen One Jump, wenn du jetzt hochgehst. Juck, juck, juck. Soll ich Oskar nicht gehen? Wir haben keinen Bogen, wir haben keinen Bogen, Jungs. Ich hab keinen Bock, um das zu fluchzen. Kann das sein, dass der ganze Divus da bei euch noch vor kurzem war? Hey, der überlegt alles, Digga. Das kann doch nicht sein. Oskar, echt? Verlack einfach. Äh, wegen uns machst du ja den Rob, pass auf. Geht's gleich schon wieder oben mit Bogen, ne? Hey, die bohrt. Ah, okay, klar. Ey, die können die denn, ich versteh nicht, die könnten doch gar nicht mal hochgekommen sein, wenn die Leute sind ja bei 2,8. Der hat, der hat sich komplett tapiert und du musst dir vor mir aufpassen die ganze Zeit, damit ich mich gestompt werde. Wie schnell wir shoppen jetzt eigentlich? Über die Bogen. Der shoppt, der shoppt schnell der Typ. Boah, der shoppt echt schnell. Willkommen, hey, wenn du in den Bogen, oder? Ihr habt oben. Ja, ich bin da oben. Ah, aber jetzt halt. Hast du Blöcke, Pascal? Call, wenn ich jetzt noch durch das lach ich nicht aus. Ja, komm mal. Pascal, ich spiel ganz safe oben, ne? Mach einfach Nuller an. Geht nicht drauf, geht nicht drauf. Kommi, willst du vielleicht ganz hoch gehen, oder? Ne, will ich nicht, hab ich nicht. Fuck. Bei Fuliko oben. Freu mich mal hier. Ich hab gedacht, die sind nicht oben. Ja, jetzt schon. Ja, pass mal nochmal. Ey, warum sind die jetzt so... Die sind übelst vier. Ey, geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Boah, das kommt durch das Ficken. Das ist schlecht. Du auch noch nütz. Da kommt ein Fuliko. Komm, ihr könntest du spammen, ne? So hoch? Ah, ja. Geht mal weg. Geht mal weg. Geht mal weg. Pass auf, ich spiel vier. Boah, jetzt kommt das Fuliko. Der will ja anziehen. Der will ja ziehen jetzt ran. Der zieht jetzt ran. Der Nanos soll jetzt einfach auf ein Sieg spielen, ich hab ein 2er-Schwert. Da nutzt das doch. Ja, nice, Digga. Ey, soll Wams einfach vorgehen und wir gehen auf ein Sieg? Ja, solange er sich in den drei gehen, der Sporter noch nicht in den drei. Komm, Komm. Komm, Nanos. Der Sporter ist da. der Sporter ist da. Oskar, fegl dich, Alter. Uff. Ist drei gefiel, also. Ey, nicht fliegen nicht mehr. Du musst färben, färben. Ja. Sind alle so low, ne? Ey, alle so low, ne? Alle so low. Außer Maxi. Ich helfe mir jetzt halt noch. Ey, geh drauf. Kommi, ist 1-Nut. Geh drauf. Geh drauf. Kommi, das ist eigentlich schlecht. Also leute ich nicht noch. Du kannst ihm 1-Nut knocken, wenn du uns dickerst. 1-Nut knocken. Geht einfach schnell hoch. Geht schnell hoch. Kommi, du hast Zeit. Du hast Zeit. Du hast Zeit. Schön, kommi. Schön, kommi. Tja, kommi. Das ist schwer. Kurk. Ne? Ja. 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 Drei, drei. Hier. Ja. Ja. Oh, ja. Drei, drei, drei. Ja. Ihr erinnert den Weg. Ja. 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 Ich bin bereit. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nein, nicht Minecraft. Ja, auf Spotify gib ein CWBW. Mind Diamonds. Legends never die. Echt schwul, Bro. Strange. Überlebt man 26, okay, nee, ne. Nein, ich glaube 24. Weil du könntest in die Base rein, also du könntest in die Base reinspringen. Ja, das sind 36 auch. Wenn du ganz nach vorne gehst, kannst du in die Base reinmachen. Von der Yakuza aus, dann kannst du von da aus. Ja, Komi, Junge, da kassiert, Alter. Komi, Junge. Bro-Kombo, Alter. Ich war nie weg. Das habe ich halt den ganzen Mal. Outro Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020